Die Würde des Menschen ist antastbar In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union heißt es in Artikel 1 Würde des Menschen Zitat Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Im Grundgesetz der BRD, das zwar nicht mehr gilt, aber schön zu lesen ist, lautet der Artikel 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. In diesem Film will ich auf die drei Wörter Würde, Menschen und unantastbar eingehen. Zum besseren Verständnis empfiehlt es sich, alle Beiträge anzusehen und anzuhören. Abschließend versuche ich aufzuzeigen, wie wir unsere angetastete Würde zurückbekommen können. Beginnen will ich mit der Hauptfrage. Was ist eigentlich ein Mensch? Laut Duden ist der Mensch ein, Zitat, mit der Fähigkeit zu logischem Denken und zur Sprache, zur sittlichen Entscheidung und Erkenntnis von Gut und Böse ausgestattetes, höchst entwickeltes Lebewesen. Woher hat der Mensch die Fähigkeit zur Erkenntnis von Gut und Böse? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns auf eine Kundgabe Gottes einlassen, in der die Zusammenhänge ausführlich beschrieben sind. In dem Buch Himmelsgaben, Band 3, das Jakob Lorbeer 1840 empfangen hat, heißt es sinngemäß, Der Mensch ist zusammengesetzt aus einem materiellen Körper, in dem eine lebendige Seele ausgebildet wird. Die Seele erhält ihre Nahrung durch die Sinne des Leibes, durch ihre nun nach und nach vollends ausgebildeten Sinne, als da sind, gleich den Ohren die Vernunft, gleich den Augen der Verstand, gleich dem des Geschmackes das Behagen der empfangenen Eindrücke, des Schalls und des Lichtes, dann gleich dem Geruche die Wahrnehmung von Gut und Böse. Und endlich gleich dem allgemeinen Gefühle das Bewusstsein des naturmäßigen Lebens in ihr. So wird dann die Seele fähig zu denken. Später heißt es, Ungefähr drei Tage vor der Geburt aber wird aus der allerfeinsten und zugleich solidesten Substanz der Seele in der Gegend des Herzens ein anderes, unendlich feines Bläschen gebildet und in dieses Bläschen wird ein einst böse gewordener Geist, der da ist dem Wesen nach ein Funke der göttlichen Liebe hineingelegt. Dieser Geist soll in der Seele ein vollkommener dritter Mensch werden, durch die Nahrung aus dem Denken der Seele. Der Geist nämlich hat eben auch, wie der Leib und wie die Seele, entsprechende geistige Organe. Als gleich dem Gehöre und der Vernunft die Empfindung oder die Wahrnehmung, gleich dem Lichte und dem Verstande den Willen, gleich dem Geschmacke und dem Behagen der empfangenen Eindrücke des Schalls und des Lichts, die Aufnahmefähigkeit alles Welttümlichen in entsprechenden Formen, gleich dem des Geruchs und der Wahrnehmung von Gut und Böse, die Einsicht von Wahrem und Falschen und endlich gleich dem allgemeinen Gefühle und dem Bewusstsein des naturmäßigen Lebens, die aus diesem allen hervorgehende Liebe. Demnach besteht der Mensch aus drei Menschen, dem materiellen, dem substanziellen und dem geistigen Menschen. In der Bibel heißt es bei Moses dazu, Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein, den lebendigen Oden, in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Das Wesentliche und Lebendige im Menschen ist demnach nicht der materielle Erdenkloß, also sein Körper, sondern die feinstoffliche Seele. Im 41. Kapitel des Buches Erde und Mond von Jakob Lorbeer wird der Unterschied zwischen dem materiellen und dem substanziellen erläutert. Um das ganze Recht zu fassen, müsst ihr diesen Unterschied zu Recht genau kennen. Nehmt einen Magneten. Was an ihm ersichtlich ist, das ist Materie. Was aber in der Magnete anziehend oder abstoßend wirkt, das ist Substanz. Diese Substanz kann mit dem fleischlichen Auge nicht gesehen werden. Allein das Auge ist ja auch nicht der alleine Gefühler und Ansager des Daseins, seelischer oder geistiger Dinge, sondern der Mensch hat ja noch andere Sinne, die der Seele näher liegen als das Gesicht, welches ungefähr der alleräußerste Sinn des Menschen ist. Das Gehör ist schon tiefer, der Geruch und der Geschmack noch tiefer und ganz mit der Seele vereint ist das Gefühl oder der Tastsinn. Wenn jemand dann zwei Magnete einander näher bringt, so wird er alsbald den gegenseitigen Zug fühlen und das ist genug, um daraus auch für seinen äußeren Sinne den Schluss zu ziehen, dass da eine besondere, wenn auch unsichtbare Kraft oder Substanz in dem Magnete vorhanden sein muss, die solchen Zug bewirkt. Hier merkt ein jeder leicht den Unterschied zwischen Materie und Substanz. Was erfahren wir noch aus der Bibel zum Thema Mensch? Im ersten Kapitel Moses heißt es, da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Blicken wir auf die sieben göttlichen Eigenschaften, wie sie Franz Schumi 1899 diktiert wurden. Ich kürze sie etwas zum besseren Verständnis. Ausführlich sind sie auf meiner Seite www.paradiesauferden.de unter göttliche Worte zu finden. Die sieben göttlichen Eigenschaften 1. Die Liebe Denn Gott ist in seinem Urwesen pure Liebe 2. Weisheit Diese veranschaulicht Euch die ganze unermessliche Schöpfung in ihrer Mannigfaltigkeit der Arten, Formen und Gattungen und in ihrem unendlichen Gedankenreichtum. 3. Wille Der Wille Gottes ist der Heilige Geist in der Dreieinigkeit Gottes. Daher die Allmacht Gottes, welche die Welt erschuf und die Welt regiert. Durch diesen Willen habe ich alles zu Wege gebracht. Und dieser Wille ist es, der die Erde in ein Paradies verwandeln und meinen Kindern zur Bewohnung übergeben wird. 4. Ordnung Ohne Ordnung kann die Welt nicht bestehen. Daher muss eine solche Regelmäßigkeit in allem bestehen, dass nie ohne meinen speziellen Willen eine Unordnung eintreten kann. Wäre dies nicht der Fall, so würde bald alles in Trümmer gehen. Denn es würde eine Welt die andere zerstören und alles übereinander häufend vernichten. 5. Ernst Nachdem Ihr die obigen Grundeigenschaften in der Ordnung erkannt habt, ist es Euch leicht zu verstehen, dass der Ernst die Entwicklung der vier vorderen Eigenschaften in eine Fünfte ist, durch welche die Welt in ihren Grundfesten erhalten und bis zum kleinsten Atom durchwirkt wird, um nie eine Abänderung zu erleiden. Daher der Weltbestand, der durch den Ernst in der Ordnung festgehalten wird. 6. Geduld Meine Ewigkeit ist die Geduld, und diese bringt alles zu Wege, was die fünf genannten Eigenschaften wollen, langsam aber sicher. Daher der Spruch, Gottes Mühl mal langsam aber gründlich. Ich überstürze nichts, denn es müssen zuvor alle Bedingungen vorhanden sein, um etwas zu vollenden. Und so ist es auch mit meiner jetzigen Wiederkunft. Ich habe mir die Grundbedingungen zuvor herrschaffen müssen, um meine Rückführung der Kinder vorzunehmen, ohne zu gewaltsam eingreifen zu müssen. 7. Barmherzigkeit Ja, ich bin die ewige Liebe, und daher aus dieser Liebe die ewige Barmherzigkeit. Wenn ich nun Euch sage, dass in der Barmherzigkeit die früheren sechs Eigenschaften als Aufbau der siebten, wie die fünf früheren der sechsten sind, dann habt Ihr das Geheimnis eines göttlichen Ichs klargelegt. Denn die Barmherzigkeit sichert den Bestand des Ganzen, weil ich als Schöpfer alle genannten Eigenschaften benötige, um die Welt bestehen zu machen und regieren zu können. Wo wäre die jetzige höllige Weltherrschaft, wenn ich nicht die genannten Eigenschaften besitzen und handhaben würde? Diese sieben Eigenschaften müssen wir uns während des Erdenlebens aneignen, wenn wir in Gottes Fußstapfen treten wollen. Das ist nicht einfach, denn da sind viele Hindernisse zu überwinden, die wir zuerst begreifen und dann bekämpfen müssen. Zu diesem Kampf benötigen wir Liebe, Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit. Ohne diese Eigenschaften schaffen wir es nicht, die Erde in ein Paradies zu verwandeln. Unsere Ureltern lebten einst im Paradies. Im ersten Buch Moses heißt es, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Leider bewahrten die Menschen den Garten Eden weder moralisch noch materiell. In dem Buch Das große Evangelium Johannes Band 1 von Jakob Lorbeer sagt Jesus zu diesem Thema, Ja, ja, also ist es wohl auf der Erde, aber nicht von Gott aus, sondern den selbstunherrschsüchtigen Menschen aus. Diese haben sich solche Gesetze und eine solche Ordnung geschaffen. Aber im Anfange der Welt war es nicht also. Da war langehin die ganze Erde ein Gemeingut der Menschen. Als aber aus den Menschen die Kinder Kainz einen Teil der Erde in einen festen und erbbaren Besitz genommen hatten und dafür gemacht Gesetze und eine selbstunherrschsüchtige Ordnung, da dauerte es dann auch keine tausend Jahre mehr. Gott ließ es geschehen, dass die Sündflut kam und erseufte sie alle bis auf wenige, die erhalten wurden. Und so wird es auch wieder werden. Demnach hatten die Kinder Kainz die ersten Grenzen gezogen und erbbaren Besitz geschaffen. Sie haben Gesetze verabschiedet, mit denen sie eine selbstsüchtige Herrschaft ausüben konnten. Sie waren die Körperschaft, die sich selbst mit ursprünglicher Herrschaftsmacht ausrüstete und sich ein eigenes, tributpflichtiges und sesshaftes Volk schuf. Passend dazu die Definition für den Begriff Staat. Der juristisch-völkerrechtliche Staatsbegriff bezeichnet als Staat, die mit ursprünglicher Herrschaftsmacht ausgerüstete Körperschaft eines sesshaften Volkes. Jedes neugeborene Kind erwirbt die Staatsangehörigkeit durch die Geburt. Anders ausgedrückt, mit der Geburt des materiellen Menschen wird eine Seele von den Herrschenden vereinnahmt und seiner Würde beraubt. Sie wird eingepfercht in eine Ordnung, die die Herrschenden festgelegt haben und die den Sinn und Zweck hat, deren Untertan zu sein. Und die Herrschenden behaupten auch, die Würde der Untertanen sei unantastbar. Widmen wir uns also dem Wort Würde. Im Duden findet man folgende Definition für Würde. Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und die ihm deswegen zukommende Bedeutung. Wie wir im ersten Teil gesehen haben, besteht der Mensch genau genommen aus drei Menschen, dem Körper, dem Geist und der Seele. Welcher der drei Menschen hat nun den eigentlichen Wert und ist Träger der innewohnenden Würde? In dem zweiten Band der Kundgabe Die Haushaltung Gottes an Jakob Lorbeer heißt es im 133. Kapitel, Zitat Durch die fleischliche Zeugung, wie sie besteht, wird weder der Geist noch die Seele gezeugt, sondern allein ein fleischlicher Leib, welcher im Mutterleib vorerst vollends ausgebildet werden muss, bevor er zur Aufnahme der Seele und diese dann zur Aufnahme des Geistes befähigt wird. Und so hat alles seinen guten Grund und besteht aus seiner guten Ordnung. Das Fleisch zeugt das Fleisch, die Seele die Seele und der Geist den Geist. In dem Buch Erde und Mond von Jakob Lorbeer erfahren wir, Zitat Jeder Mensch, der hier geboren wird, bekommt einen Geist aus mir und kann unbestreitbar nach der vorgeschriebenen Ordnung die vollkommene Kindschaft Gottes erhalten. In dem Buch Die drei Tage im Tempel von Jakob Lorbeer erklärt Jesus einem Oberpriester, Es hat ein jeder Mensch seinen von Gott im zugeteilten Geist, der alles beim werdenden Menschen besorgt, tut und leitet, aber mit der eigentlichen Seele sich erst dann in eins verbindet, so diese aus ihrem eigenen Wollen vollkommen in die erkannte Ordnung Gottes übergegangen und somit vollkommen rein geistig geworden ist. Im elften Band des großen Evangeliums Johannes, der durch Leopold Engel geschrieben wurde, ist die Entwicklung der Seelenform bis zum Menschen beschrieben. Dort heißt es, Dieser Geistesfunke ist von Gott und enthält in sich alle Wahrheit und gerechte Erkenntnis von Haus aus. Durch ihn steht der Mensch in engster Verbindung mit dem Urgeist der Gottes selbst und kann durch ihn eindringen in alle Geheimnisse und Weisheit Gottes selbst. Demnach ist es der Geist, der alle Wahrheit und gerechte Erkenntnis von Haus aus enthält. Unser Geist ist es, dem die eigentliche Würde gebührt, nicht der Seele und schon gar nicht dem Körper. Je enger die Verbindung mit dem Urgeiste Gottes ist, umso größer müsste die Würde des betreffenden Menschen sein. Wie wir im ersten Teil erfahren haben, sind die göttlichen Eigenschaften Liebe, Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit. Wer sich diese Eigenschaften angeeignet hat, müsste eigentlich als würdevoller Mensch angesehen werden, denn er ist gottähnlich oder ein Ebenbild Gottes. Seltsamerweise ist meist das Gegenteil der Fall. Hohe Achtung gebietende Erhabenheit erhält man durch weltliche Titel, bestimmte Ehren oder einem Amt, das mit hohem Ansehen verbunden ist. Dieses wird in der Regel von Staatsorganen oder Kirchenfürsten verliehen. Je höher man in der Karriere leider aufgestiegen ist, umso würdevoller wird man behandelt. Interessanterweise sind es meist selbstliebige und herrschsüchtige Menschen, denen man eine besondere Würde antichtet. Diese verlogene und heuchlerische Würde ist dann von allen zu achten und zu schützen. So wollen es die herrschenden Würdenträger. Kaiser, Könige, Präsidenten, Kanzler und Minister auf der politischen Ebene und Päpste, Kardinäle, Bischöfe, Priester und Pastoren in den Kirchen. Sie alle unterstützen die Reichen, die Milliardäre, die Millionäre, die Konzernbesitzer, die Großgrundbesitzer und so weiter, die ebenfalls würdevoll und zuvorkommend behandelt werden. Gesetze, die erlassen werden, dienen dazu, die Würde dieser Menschen und ihrer Nachkommen zu achten. Die Richterschaft, Polizei und Soldaten haben die Aufgabe, die Würde und das Eigentum der Reichen zu sichern und zu verteidigen. In einer Offenbarung an Franz Schumi sagt Gott zu den Herrschenden, Zitat Ihr gebt Gesetze aus, stellt euch über das Gesetz, als wärt ihr Sünden rein und verübt solche Unzahl allergrößter Verbrechen durch eure Gesetzgebung beim Militär, im Staatsdienste, in der Advokatenkanzlei, im Dienste der barbarischen Hochschule an Tieren und Menschen, dass eine Ewigkeit sie kaum tilgen könnte. Wie wollt ihr euch denn bei mir rechtfertigen, da alle diese Verbrechen gegen mich selbst verübt worden sind? Denn ich sagte durch den Evangelisten Matthäus, Was ihr, Gutes oder Schlechtes, eurem Nächsten tut, gilt so viel, als wenn ihr es direkt mir persönlich tun möchtet, da ich ja in jedem Menschen als Gottesgeist wohne. Gott nimmt in dieser Kundgabe an Franz Schumi kein Blatt vor den Mund, Zitat Denn wo mein Geist regiert, dort ist die geistige und materielle Freiheit. Wo aber eine Unzahl Paragraphen die geistige und leibliche Freiheit, das Recht und die Gerechtigkeit unterdrücken, wie dies durch die Staatsgesetze allerseits in der Übung ist, da waltet der Geist des Satans mit seinen Werkzeugen. Vom Staatsoberhaupt, der sich Kaiser, König, Herzog, Fürst, Graf oder wie immer nennen mag, herab bis zum letzten Staatsbeamten und Militärgemeinen. Denn wo Gewalt und Vergewaltigung durch Ungerechtigkeit von allerhand Paragraphen und Willkürlichkeiten herrschen, dort ist das Neste Satans und seiner Helfer. Soll denn Sklaverei und Ungerechtigkeit gegen mich, der ich in allen Menschen wohne, von Gottes Gnaden sein? Bin ich denn ein tyrannisch ungerechter Gewaltherrscher, und zwar gegen mich selber? O ihr Schlangenbrot und Natterngezücht mit eurem Schlangenlügengeist, ihr elenden Betrüger, Räuber und Mörder meiner Kinder! Ihr seid von Gottes Zorn und nicht von Gottes Gnaden! Damit ist klar und unmissverständlich ausgedrückt, mit welchen Mitteln die Würde der einfachen Menschen unterdrückt wird. Und es ist offengelegt, dass es sich bei den Staatsorganen um das Nest Satans und seiner Helfer handelt. Uns jedoch wird mit schönen Worten das Gegenteil gelehrt. Im Lexikon des Juraforum kann man nachlesen, die Menschenwürde ist in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes verankert und damit ein Begriff aus dem deutschen Staats- und Verfassungsrecht. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und somit strahlt die Menschenwürde in die gesamte Verfassung, in die Gesetze, in die Normen, in die Satzungen sowie in die Verordnungen aus. Heere Worte, die genauso verlogen sind wie die Behauptung, die Menschenwürde würde in die gesamte Verfassung strahlen. Es gibt keine Verfassung in der BRD, sondern nur ein Grundgesetz, das seit 1990 nicht mehr gilt und in das seither nichts mehr hinein strahlen kann. Die Würde von gerechten, wahrheitsliebenden Menschen, die keinen weltlichen Erfolg oder materiellen Reichtum anstreben, wird nicht nur angetastet, sondern systematisch geraubt oder in staatliche und kirchliche Ketten gelegt. Im nächsten Kapitel gehe ich auf das Wort unantastbar ein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Welch schöne, wohlklingenden Worte. Allein das Wörtchen unantastbar ist ein Hochgenuss. Darin steckt das Wort Tasten. Tasten ist ein vorsichtiges Fühlen, ein Entdeckenwollen. Definition für Tasten im Duden Vorsichtig fühlende, suchende Bewegungen ausführen, um Berührung mit etwas zu finden. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt demnach, die Würde des Menschen darf nicht einmal berührt werden. Wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Seit Jahrhunderten gibt es zwei Arten von Menschen. Die da oben und wir da unten. Die da oben schaffen Gesetze, die ihre Macht und ihren Herrschaftsbereich absichern. Mit den Gesetzen schaffen sie sich ein Volk von Untertanen, das ihnen und ihrem Hofstaat gegenüber tributpflichtig ist. Das war zu Zeiten der Kaiser und Könige so, und das ist heute noch so. Damit das Volk nicht merkt, dass sich daran nichts geändert hat, darf es seine Schlechter selbst wählen. Das nennt man dann Demokratie. Wir haben keinen König mehr, sondern einen Bundespräsidenten und eine Bundeskanzlerin, und der Hofstaat heißt heute Exekutive oder Verwaltung oder Behörde oder Amt. Sie alle haben die Aufgabe, die Existenz der Regierung und der Verwaltung zu sichern und den Tribut, also die verdeckten und offenen Steuern, von den übrigen Menschen einzutreiben. Und das System funktioniert so. Die Regierenden geben vor, einem Gemeinwesen zu dienen, das sie Staat nennen. Die Regierenden dienen aber nicht, sie beherrschen und rauben. Jedes neugeborene Kind wird automatisch Mitglied dieses angeblichen Gemeinwesens. Bei uns ist das geregelt im Staatsangehörigkeitsgesetz Paragraf 3. Die Staatsangehörigkeit wird erborgen durch Geburt. Der fleischliche Körper des Menschen wird also bei der Geburt sofort von den Regierenden und der Verwaltung vereinnahmt, die vorgeben, der Staat zu sein. Was ist ein Staat? Definition von Staat bei Wikipedia. Der juristisch-völkerrechtliche Staatsbegriff bezeichnet als Staat die mit ursprünglicher Herrschaftsmacht ausgerüstete Körperschaft eines sesshaften Volkes. Nach dieser Definition sind wir einer dicken Lüge aufgesessen, wenn man uns beibringt, wir sind der Staat. Das Volk ist nicht der Staat und das Volk war nie der Staat. Wir sind auch nicht der Souverän und wir haben auch keine ursprüngliche Herrschaftsmacht. Wir sind Tributpflichtige Untertanen und sollen den Herrschenden dienen, wenn sie es so wollen, auch bis zum Einsatz und Verlust unseres Körpers. Laut Wikipedia ist es ursprünglich und ganz normal, dass Menschen über Menschen Herrschaft und Macht ausüben. Stimmt das? Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel, einem der ältesten Bücher der Erde. Interessanterweise steht dort, dass Gott gar keine Staaten wollte. Er gab den Israeliten das Land mit den Worten, Zitat, Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Gäste vor mir. Demnach ist die Erde Eigentum Gottes und die Menschen haben nur ein Gebrauchsrecht unter der Maßgabe, die Erde zu bewahren, damit die Nachkommen weiterhin menschenwürdige Bedingungen vorfinden. Als die Israeliten später einen König wollten, hat Gott das Volk frühzeitig vor den Folgen des Königtums gewarnt. Im ersten Buch Samuel kann man im achten Kapitel nachlesen, Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach, Das wird es Königsrecht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen, zu seinem Wagen und zu Reitern. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salbenbereiterinnen, Köchinnen und Bäckerinnen seien. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu von eurer Saat und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird der Herr zu derselben Zeit euch nicht erhören. So kam es, dass die Israeliten sich von Gott abwandten und sich einen Menschen als Führer wählten. Aus dem auserwählten freien Volk wurde ein Königreich. Aus den Kindern Gottes, die sich frei und selbstbestimmt zu einer würdevollen Seele entwickeln sollten, wurden tributpflichtige Fleischklöße. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Den Fleischklößen bringt man von klein auf bei, dass sie ihre Körper fürs Volk oder fürs Vaterland, für eine Fahne, für den Führer oder die Kanzlerin, für die NATO oder für unsere Freunde aus Amerika zu opfern haben. Mit keiner Silbe wird dem Kind beigebracht, welche Aufgabe es tatsächlich auf der Erde hat, wie die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele sind. Niemand klärt die Menschen über den eigentlichen Sinn des Lebens auf. Statt dem Menschen bei der Entwicklung seiner Würde zu helfen, wird er entwürdigt und man bringt ihm beim Militär auch noch das Töten bei. In dem zweiten Band des Buches »Die geistige Sonne« von Jakob Blaubeer wird erklärt, warum der Mensch nicht töten soll. Zitat »Damit ihr aber die nachfolgende Erklärung leicht und gründlich fasset, so mache ich euch nur darauf aufmerksam, dass in Gott die ewige Erhaltung der geschaffenen Geister die unwandelbare Grundbedingung aller göttlichen Ordnung ist. Wisset ihr nun das, so blickt auf das Gegenteil, nämlich auf die Zerstörung und ihr habt das Gebot geistig und körperlich bedeutungsvoll vor euch. Sagt demnach anstatt »Du sollst nicht töten«, »Du sollst nicht zerstören weder dich selbst noch alles das, was deines Bruders ist. Denn die Erhaltung ist das ewige Grundgesetz in Gott selbst, demzufolge er ewig ist und unendlich in seiner Macht. Da aber auf der Erde auch des Menschenleib bis zur von Gott bestimmten Zeit für die ewig dauernde Ausbildung des Geistes notwendig ist, so hat ohne ein ausdrückliches Gebot Gottes niemand das Recht, eigenwillig weder seinen eigenen Leib noch den seines Bruders zu zerstören. Wenn hier also von der gebotenen Erhaltung die Rede ist, da versteht es sich dann auch von selbst, dass jedermann noch weniger berechtigt ist, den Geist seines Bruders wie auch seinen eigenen durch was immer für Mittel zu zerstören und für die Erlangung des ewigen Lebens untüchtig zu machen. Zitat Ende Erinnern wir uns, der Geist ist der Träger der Würde. Deshalb soll man den Geist seines Bruders und seinen eigenen nicht zerstören. Aber wie wird der Geist zerstört oder untüchtig gemacht? Das geschieht so. Kaum ist ein Kind geboren und der Fleischkloß wird vom Staat vereinnahmt, kommt als nächstes die Kirche und erhebt ihre Ansprüche. Im Folgenden beschränke ich mich auf die Vorgehens- und Argumentationsweise der katholischen Kirche. Wie man dem katholischen Katechismus entnehmen kann, haben die Eltern den Auftrag, das Kind zu taufen, sonst würden sie ihm die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden. Ein Kind, das ungetauft stirbt, so die katholische Kirche, kann nicht in die Anschauung Gottes gelangen, da die Erbsünde weiter an ihm haftet. Für das Neugeborene ist es angeblich heilsnotwendig, getauft zu werden. Mit der Verbreitung von Angst und Androhung von Strafen werden die Eltern gezwungen, ihre Kinder katholisch taufen zu lassen. Das Kleinkind wird mit wenigen Wochen in ein verlogenes und heuchlerisches Korsett gezwängt, als ob Gott ein unschuldiges Kleinkind bestrafen würde, weil es nicht katholisch getauft wurde. Die Taufe dient lediglich der Rekrutierung neuer Mitglieder und damit der verbundenen Machterhaltung der katholischen Kirche. Bei mir folgten nach der Taufe ein katholischer Kindergarten, eine katholische Schule mit katholischem Religionsunterricht und mit etwa zwölf Jahren wurde ich gefirmt. Die Firmung wird mit der Berufung auf die Apostelgeschichte von Bischöfen vollzogen. Zitat Die Firmung ist das Sakrament, durch das der Heilige Geist auf besondere Weise in uns hineinkommt, um uns im Glauben zu stärken. Hier wird die Verlogenheit offensichtlich, denn ohne den Geist Gottes könnten wir nicht denken und mit zwölf Jahren hat man schon viel gedacht. Der Gottesfunk ist schon lange in uns und kommt nicht erst mit der Firmung. Wir erhalten den Geist durch Gott selbst und nicht durch die katholische Kirche. Durch Franz Schumi erklärt uns der Schöpfer Zitat Wer geistig tötet, der tötet unvergleichlich gröber als der, der fleischlich tötet. Und seht, die Priester haben euch durch die Zeremonien, falsche Religionslehren und Verschweigen der Wahrheit zu geistig getöteten Kirchensklaven gemacht. Und ein anderes Zitat Gegen das fünfte Gebot versündigen sich vor allem die Priester, weil sie zur Sünde schweigen und dadurch sie gutheißen. In zweiter Linie aber Könige und Fürsten der Völker, die sich erlauben, für ihre eigenen Herrschgelüste meine Kinder, in denen ich selber als Menschengeist lebe, gerichtlich töten zu lassen und durch Kriege Massenmorde an ihnen ihren eigenen Brüdern vorzunehmen, damit ihrem Hochmut und ihrer Herrschsucht Genüge geleistet werde. Und ein weiteres Zitat Priester eifern euch an, Gott, der Kirche und dem Papst zu opfern und betrügen euch, um euer Geld so gut, als hätten sie euch bestohlen, denn ich als Geist brauche von euch nichts Materielles. Die Kirchen habe ich nie geheißen aufzubauen und die Päpste nie aufgestellt noch gut geheißen, denn sie dienen nicht mir, sondern dem Mammon und dem Satan. Dies sind eindeutige und klare Worte. Sie zeigen, wie Menschen geistig versklavt und körperlich an zwei Herrschaftssysteme gekettet werden, ein politisches und ein kirchliches. Durch die Schule und die Medien brachte man mir bei, dass wir und die GIs die Guten seien und die Russen die Bösen. Selbstständiges Denken wurde dadurch beeinflusst, dass man mir nur eine bestimmte Auswahl an Informationen zukommen ließ. Mit 19 Jahren musste ich dann meinen Wehrdienst ableisten und wurde im Umgang mit Waffen geschult. Zielen sollte ich im Ernstfall auf meine Brüder und Schwestern im Osten, denen wir zu Weihnachten immer Päckchen geschickt hatten mit Schokolade und Kaffee, da sie unter dem Kommunismus so sehr leiden mussten. Wir hatten brennende Kerzen in die Fenster gestellt, um unseren Mitmenschen zu zeigen, wie wir uns danach sehnten, unsere Brüder und Schwestern endlich wieder in die Arme schließen zu können. Was für eine Heuchelei! Einige wenige Herrscher im Ausland bestimmen, wessen Feind ich bin und auf wen ich schießen muss, um nicht wegen Befehlsverweigerung von den eigenen Leuten erschossen zu werden. Bei der Bundeswehr wird die systematische Entmenschlichung offensichtlich. Man wird so lange gedrillt, bis man keine eigene Identität mehr hat. Selbstständiges Denken ist verpönt, Befehle kommen von irgendwo da oben und müssen ausgeführt werden, auch wenn sie noch so unsinnig oder menschenverachtend sind. Man brachte mir sogar bei, wenn jemand mit einer weißen Fahne auf dich zukommt, wird erst geschossen und dann gefragt, was er eigentlich wolle. Wer durch eine solche Schule gegangen ist, dem wurde der letzte Rest der Würde geraubt. Wer das Gelernte verinnerlicht hat oder gar in einem Krieg teilnehmen musste, der ist für den Rest seines Lebens geprägt. Zu sehr hat man ihn gedemütigt und abhängig gemacht von den Befehlen und den Wertvorstellungen der Herrschenden. Aber auch in der Verwaltung dieses Scheinstaates werden Befehle, Dienstanweisungen und Gesetze befolgt, ohne zu hinterfragen, ob sie tatsächlich zu einem gerechten Miteinander führen. Jeder schaut auf sein persönliches Fortkommen und hat die Karriereleiter im Kopf. Mit jeder Stufe, die man empor klettert, verliert man selbst an Würde, indem man diejenigen, die man unter sich wähnt, entwürdigt. Dass diejenigen, die herrschsüchtig, machtbesessen und selbstliebig sind, sich gegenseitig mit Doktor oder Ehrentitel auszeichnen, zeigt, dass Böses als Gutes ausgegeben wird. Warum das so ist, kann man in dritten Band des Buches die Haushaltung Gottes von Jakob Lorbeer nachlesen. Zitat Die Politik ist die Frucht des Misstrauens. Das Misstrauen die Frucht eines verdorbenen Herzens. Und das verdorbene Herz ist ein Werk des Satans, in dem keine Liebe ist. Daher ist die Politik äquivalent mit der Hölle, denn diese ist aus der aller abgefeimtesten Politik zusammengesetzt und der Satan selbst ist der Großmeister aller Politik. Die göttlichen Eigenschaften sind Liebe, Weisheit, Wille, Ordnung, Ernst, Geduld und Barmherzigkeit. Finden wir diese Eigenschaften bei den Mächtigen dieser Erde, bei Herrn Obama oder Herrn Putin? Finden wir sie bei den Superreichen dieser Erde, die im Hintergrund die Fäden ziehen? Finden wir sie bei uns, wenn wir so werden wollen, wie die da oben? Von den herrschenden Systemen, sei es der sogenannten Demokratie, den sozialistischen oder kommunistischen Staatsorganen, wird der Mensch als Kind Gottes schon mit der Geburt entwürdigt. Abschließend noch ein Zitat aus dem ersten Band des Buches Himmelsgaben von Jakob Lorbeer. In der Politik kümmert sich die machthabende Menschenklasse um nicht so sehr, als dass die Untergeordneten ja so viel als möglich in aller Dunkelheit gehalten werden. In der Furcht, dass wenn das Volk nähere Aufschlüsse über mich und dadurch auch über seine eigene Bestimmung erhalten möchte, es da mit ihrer Macht und ihren zeitlichen Einkünften bald ein Ende haben dürfte. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Im nächsten Film beantworte ich die Frage, wie können wir unsere Würde zurückgewinnen? Film beantworte und das . Film beantworte und Film beantworte und die schluss sind. Vielen Dank.